Wer ist eigentlich dieser Nam Salamana-Glüh? Nun, Naim Sulaimano-Glüh ist der grösste Gewichtheber aller Zeiten. Unglaublicher Mann, unglaublicher Kerl. Mit was? 1,47 hat er in der 55 Kilogramm Gewichtsklasse über 200 Kilogramm über den Kopf stemmen können. Von ganz unten nach ganz oben. Absolut, absolutes Biest. Es ist knapp vierfaches Körpergewicht gestemmt. Und eben auch in absoluter Kraft, wohl stärker als jeder andere von uns, der hier kommentiert. Ist mein Lieblingsbeispiel immer, wenn diese Typen, die einfach glauben, weil sie weiter vom Boden weg sind und näher höhere Wahrscheinlichkeit haben, die Birne irgendwo anzustossen, glauben sie, deswegen seien sie automatisch stärker als wir anderen. Aber wer von euch grossen 1,90 Meter Typen kann über 200 Kilogramm stemmen? Wer von euch 150 Kilogramm Typen kann 200 Kilogramm stemmen? So ziemlich alle, die ich je getroffen habe, die solche Masse stemmen können, wissen, dass die Unterschiede in der Kraft nicht so gigantisch sind zwischen grösseren und kleineren, wie die grösseren Glauben. Deshalb immer wieder mein Beispiel, dieser Mann, Naim Süleimano Gly.